Hallo meine Poké-Freunde und Poké-Nehnten, willkommen zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies Ich weiß auch nicht genau, was in der letzten Woche los war, die Folge war erstens 26 Minuten lang, so lange wollte ich es gar nicht machen, ich wollte eigentlich nur so 20 Minuten lang machen Gott, ich bin irre, ja warte ruhig Ähm, und ihr habt da auch nicht wirklich das beste Kommentar mir gehalten, denke ich Ah, ich versuche es mal in dieser Folge zu ändern und hier sehen wir, das hier ist so eine mega krasse Version von dem Duplinator Äh, ja, und das hier ist auch eine richtig nice Version von der Sonnenblume, das ist nämlich so eine Doppelsonnenblume halt Ja, genau so heißt sie auch Und später gibt es aber noch mehr im Laden Schon toll, ich bin mir leid, dass ich es gespoilert habe, dass es einen Laden gibt, aber War aber auch klar mit dem Geld, oder? Egal, jetzt gibt es erstmal ein Minigame Ist schon komisch mit diesen Zombies, manchmal sind die echt winzig Egal, echt witzig und echt fies Pass auf deine Schienbeine auf, Junge Okay Was? Können wir es draufhämmern endlich? Ne, gibt es aber auch ein Spiel, wo man draufhämmern kann, das wäre einfach lustig Du 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 Abstand Da sind wirklich悟ja, alter Was wollen die denn hier? Entschuldigung Warte, wo viel Schaden kann das sein? Wir machen hier mal so eine Bombe hin! Oh Gott, du fack! Seht ihr, wie er da rumpelt, Alter! Jetzt kriege ich, Alter! Du kannst gar nicht wegen mich machen! Oh, lecker! Ey, nicht hier weiterkommen! Der kommt doch nicht durch! Ich habe gesagt, ihr kommt hier nicht durch! So! Oh, die fressen ihn ja mega auf, Alter! Das geht gar nicht! Das geht echt gar nicht! So, alle sind sie down. Ja, jetzt habe ich den halt verkackt. Oh, auch! Das soll jetzt einer kommt! Tü 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 Ich lass ihn doch durch diese Runde, oder? Ich weiß nicht, ich will eigentlich nicht. Nee, schön nicht. So! Okay, wir konnten so. Abbrechen! Yay, okay! oh Gott wie viele oh Gott Hilfe Hilfe was machen wir bitte alle zwei von denen geht gar nicht klar so eine Chance hier die ist voll traurig wir haben das Gehirn von dem gefressen oh nein nein die fressen das macht ihr ja nicht das erlaube ich euch nicht keine Münze dafür nein der frisst auf der frisst auf oh ich komme voll weit hier nein man geht gar nicht klar hier wir haben aber auch hier kein Schild also keine Erdnuss ich komme mit einem Erdnuss yes Nawalnuss geil ich glaube ich Erdnuss bin ich ruft Walnuss sorry einer doch auf mich zu fassen fällt dir jetzt auf und es kommt ja und es kriegt ja alle Hausarrest ich sag's euch oh alter das reicht wenn er jetzt vorankommt gibt's eine Bombe Mensch 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 gibt's ja nicht so ein paar so also okay haben wir hier nochmal ein bisschen Schutz für uns hier nochmal eine Bombe damit die Bombe damit sie sterben da wollte ich zwar nicht hinpflanzen aber können wir auch machen war auch vielleicht mein Fehler dass ich nicht in dieser Reihe angefangen habe oh was gehen wir denn da eine Chili sieht so aus wie eine Chili hat auch der Blick Jalapeño weißt das so Jalapeño oder wie so ich nenne das Jalapeño äh zersteckt eine ganze Reihe von Zombies ah das waren die von denen ich die ganze Zeit dachte oh mein Gott nein ein Zomboni oder Zomboni heißt das ne Zomboni oh Gott ich hasse diese Viecher die machen alles Platz um die zu killen braucht man den sonst hast du keine Chance einfach seriously einfach null Chance wait ist das richtig was ich hier mache da 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 ich muss überlegen ob das gut ist was ich hier mache ja mhm aber die sind alle wichtig finde ich noch mal einfach machen wir es zurück zur epischen Musik oh yeah so da kommt jetzt irgendwo ein Zombie und ich bin vorbereitet ich bin vorbereitet ha da kommt der Angriff und bam und sieh das und er trifft nochmal und die sehen wie die Erste Kanone den Zombie einfach wirklich richtig klasse platt macht was ein spannendes Match und er verliert sogar den Kopf und fällt um das ist ein klarer Sieg für die Ersten Kanone und da kommt der neue Erste Kanone und kämpft gegen den neuen Zombie der gerade erschienen ist von dem die beiden genau wir schaffen das schau dir das mal an der Kopf ist abgefallen und das bedeutet natürlich wie immer der Tod wo würde ich eigentlich schon tot sind aber das ist jetzt auch was anderes krieg mal hier Sonnenlucky please please gimme 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 bibi habe ich ja gimme gesagt oder? äh so was macht der denn da? was ist das machen wir so mega lame ist mir einfach jetzt auch egal ist mir jetzt auch egal ah 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 ist mir egal leg mich doch am was ohne was mache ich jetzt pflanze ich da noch einen warum will ich mir mal pflanzieren sagen bin ich dumm oder so das ist kein richtiges Wort einfach lol soo passt doch okay dann machen wir hier nochmal halberinus es kommt dann noch einer kommt gib mir schnell her gib schnell sonnenergie energie okay äh alles gut alles gut ja ich muss manchmal auf die Folge gucken dass da nicht immer mal ein Fehler ist weil ich würde nicht dass da irgendwelche Fehler sind im Video das wäre natürlich was wollen wir nicht wollen kein Aids oder wollt ihr Aids nicht glaubt nicht so wollt ihr das Kinder wollt ihr Aids ey ey Captain oh Gott was mache ich hier Hilfe okay okay passt der so ein bisschen packen wir den anderen mal hin sooo passt doch super ja ich hoffe jetzt kommt der Dingstyp nicht der mit seinem oh ich glaube der kommt in der letzten Welle oder bestimmt bestimmt kommt der in der letzten Welle wer der kommt jetzt nein ich hab nein nein das ist nein nein gib her gib her jetzt jetzt ihr müsst wissen wenn der irgendeine Pflanze berührt alles was er berührt was von mir ist instant tot sorry für das Rockingen und das ist einfach so scheiße und das ist auch mega OP von dem das ist so richtig das ist mega Aids aber zum Glück habe ich noch gequillt ich dachte da kommt erst in der letzten Runde einmal vor halt zum zeigen ne der kommt ihm fünfmal vor oder so bestimmt gleich oder Mensch das gibt es doch nicht Alter das gibt es doch nicht so gib her das ist doch nicht so ich bin dann klicke ich mal wieder raus was mir so viel Spaß macht ja ja raus klicken macht Spaß die musik gibt mir die termination die zombie zukunft werden nicht nur keine chance hier und hier haben keine chance gehen meine pflanzen aha meee schon das zweite mal kommt der auf eis typie aber er ist da und letzte welle und ihr seid für mich stunden von meiner weg und ich hab keine sonnenenergie mehr um irgendwas zu machen super ich kann gut singen und ich hab verkackt ich hab das spiel verloren ich hab verloren ihr seht jetzt guckt euch das an guckt euch das an kann auch so ein nom nom sound du musst warten bis aufgeladen ist mit dem kann ich nichts machen oder was es geht was es geht facepalm giga facepalm aber jetzt kann ich da nicht weil ich es damit weg mal oder das wasser schon stimmt mit denen können wir die reifen platt machen stachelkraut versticht reifen und verletzt zombies die draufstehen ja jetzt kommen die jalapeño nicht denke ich mal so würde ich sagen okay level 7 gut dann werden wir wahrscheinlich oder hoffentlich in der nächsten folge das ende erreichen von level 3 level heißt es jetzt level das vorne ich würde sagen wir kommen wir einigen uns jetzt drauf dass das jetzt level heißt und das abschnitt ok reinge uns drauf ja ok gut machen wir sie ich möchte ein bisschen brain split bitte gib mir ein bisschen I need brains to survive, Blitz. Kriegt ihr aber nicht von mir? Nein, habt ihr Pech gehabt, ihr seid es schein. Ihr könnt gar nicht. Keine Chance gegen mich, denn ich bin der Herr Pro in diesem Spiel. Yo, yo, du, 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 du. Ich hab keine Chance gegen den Pro aus PVZ. Falls euch wundert, warum ich das Spiel PVZ nenne, obwohl es doch eigentlich PGZ nennen soll wegen King. Versus gibt's ja auch noch, ja. Pflanzen versus Zombies, so nennt man das auch. Und deshalb PVZ und das hört sich einfach besser an als PGZ. Finde ich. Und ja, lass mich. So, äh. Okay, das ist doch schon mal gut. Also so gesehen ist der hier einfach, äh, der Schlinktank ist so gesehen einfach nur der Matschkurbel, ist nur für Wasser. Und dass er weniger kostet, aus irgendeinem Grund. Finde ich gut so. Weniger kosten und sich weniger bezahlen. Lol. Auf der, aber wir haben fast genug, dass wir auf den sparen. Machen wir das jetzt. Ja, was ist jetzt, ne? Und immer noch so ne Wand. Walnuss. 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 Wuhu. Wuhu. Guck mal hier auf. Wuhu. Ich glaub, der wird einfach nicht sterben. Kann das sein? So. Ich nehm ihn runter in mein Reich. Es gibt dort Kekse umsonst. Ich weiß, ihr wollt den. Du, 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 du. So, wir haben noch ne Walnuss hier hin. Hm, pflanzen wir hier. Am besten noch so einen, ähm, den da hin. Ich pflanze sie gleich dorthin, wo der, äh, Schneeplübieren kommt. Drei Wellen und ich folge schon lange. Das ist vielleicht doof, aber... Wir werden es schon hinbekommen. Keine Sorge. Wir schaffen das noch irgendwie. Denke ich. Hoffe ich. Ja, ich hoffe. Ich muss nur aufpassen, wo der denn jetzt herkommt. Weil es ist gerade wirklich viel los und ich... Es ist auch ein wenig schwer mitzubekommen, was gerade abgeht, ehrlich gesagt. So, zack. Aufpowern. Nehme das. Aber gerade kommt der nicht. Wait, kommt der überhaupt? Gibt es den überhaupt hier? Ich habe gar nicht geguckt. Es ist mir leid. Ich habe gar nicht geguckt, ob der jetzt kommt, aber ich bin mir sehr sicher, dass der kommt, ehrlich gesagt. Ich bleib jetzt auch, dass der kommt. Ich bleib jetzt auch dabei, dass der jetzt kommt. So, jetzt haben wir unsere Triplingatoren fertig gesetzt, denke ich mal. So. Hast du nur darauf, dass der kommt, damit ich ihn zermatschen kann. So. Ich kann noch sterben gehen nach hinten. Dann sind nämlich den ja. Dann bist du platt. Platt wie eine Flunder, weißt du? Ja. Na ja. So was fenne ich, ja? Also pass lieber auf, was du da machst. Dann감이 ich michญ. Daلبala. Geht mir leid. Uhhh. Oh mein Gott. Ey, ich kann dann ja mal sterben, Genalter. Hier, geh mal sterben. alter 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 es geht mal gar nicht hier wieder draufstehen man kriegt ja einfach direkt schaden und das hat mega ok das ding deshalb kann ich dir auch hier und die stadio schnell auf ja wirklich stark und ich empfehle sich zu holen jetzt weg weil dann kommt jetzt hier so neuer nein das egal das ist mal hier seid nicht cool doch nicht annähernd nein gar nicht überhaupt nicht cool ihr seid richtig richtig uncool und da unten genau so wo ich kein hatte aber jetzt ich hoffe der schüttelst du durch ansonsten spielten verliebsterben explosion noch einer was das denn was sind das denn für kein zonisch aber soweit ich weiß können sie das hier nicht kaputt machen wüsste ich jetzt nicht weil die greifen ist auch gar nicht anders und ich glaube deshalb für immer so was sie können einfach durchgehen habe ich es richtig gesehen hier einfach durch ort hier sind wir jetzt nicht aber ich glaube das ist einfach gerade durchgegangen was das jetzt hier einfach noch mal so ein paar natürlich können sie hier im wasser nicht auftauchen diese fahrzeuge wie soll ich das machen soll die folge ist ja sagt und da geht er um und noch mal dreifache power kann mir alles kauft ich bin der reicheste mensch der welt ich bin alles was man braucht ja und das spiel lebt so ein grund geil jetzt weiß ich warum warum war mal ein speicherplatz voll ist ich hoffe es hat nicht so krass in der folge entschuldigt mich falls ja gute füße noch zu gucken wenn man der nächsten fall gucken ob das auch mal was für jeden kann schon gilt sie endlich und soll mich eigentlich noch die sondergegen weil das komisch oder mit auch egal ist das legen ist aber ich okay aber noch anzukommen die kurze ganz schnell an und danach was das ein brennender baumstumpf zunderholz erbsen die durchfliegen werden zu feuer bellen gut dann will ich sagen in der nächsten folge werden wir das mal ausprobieren wenn es euch gefallen dann lass doch gerne mal eine positive wertung bleiben ich würde es vor freuen wenn aber da lassen können und die glocke damit ihr dann wisst wann die nächste folge auch draußen ist aber wie ich sagen haut rein leute und bis zur nächsten folge von pflanzen gegen zombies